Was ist denn nicht? Na komm. Komm her, komm her, wo immer du bist. Du musst alles nicht schlafen. So, nicht sterben, okay? Ich versuch schon die Bröme, die mich mal durchlassen würden. Rossi? Was? Haben die dich verlassen? Nein, warum? Hey, wo sind Justus und... Ach so, Justus, kann sein, dass die weg sind, ja. Sagt jetzt gerade, du wärst jetzt ein Dings gewesen. Ich wollte nicht. Und du mit deinem Hascha, ich sag mal, gell? Der macht sich viel langsamer. Das bin ich nicht. Man tut das nicht, man hat sich schon bester Freunde. Hallo, Chicky. Chicky Wings habe ich heute gegessen. Was? Ja, mach ich aber. Wie Kevin. Wusstest du nicht, dass Kevin halb Chicken Nugget ist? Nein. Wusstest du nicht, dass Kevin halb Chicken Nugget ist? Wusstest du, dass Kevin halb Chicken Nugget ist? Hm. Der isst häufig Chicken Nuggets. Ich hab's dir erzählt. Ich hab's dir erzählt. Dass ein halbes Chicken Nugget ist. Hm. Warum liebt seine Katze ihn so? Oh Mann, ich hab ihn getroffen. Ist das dein Ernst? Deswegen liebt die Katze ihn so? Sonst wär... Sonst... Katze hätte es schon gegessen. Oh, das ist friedlich. Deinere aber nicht. Ich werde mich selbst so durchnehmen gleich. Warum heißt er eigentlich? 0709. Vertraue den irgendwie nicht. Ich werde nicht. Hat deine Mami das für mich eingerichtet? Nein. Ups. Oh. Ja. Ich schenk's mir jetzt nicht. Der hat nicht alle Waffen rausgelegt. Nein, der hat mich nicht an. Ich vertraue dir nicht. Ich will das nicht. Geh weg! Nein! Geh weg! Geh weg! Komm, 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 komm! Ich werde das eh nicht schaden. so wo ist die weiter ein schicken schicken wir sind heiß und machen ja wenn du den ersten schulst so ja wohl episch die waren voll nett aber ich hab denen irgendwie nicht getraut ähm abonnenten ähm 16 aktuell ich brauch geld ja die militante veganer schön ich hab das ja ohne bauen scheiße doch gut dann können die leute sich nicht verteidigen einfach drauf halten ja aber ich komme jetzt nicht zu dem hoch ich hab das denn nicht wieso hast du denn noch mich soll er verwalten ich hab's wer ist gleich zum Wasser der in der Luft hat keinen Ballon mehr der in der Luft hat keinen Ballon mehr der in der Luft hat der in der Luft hat der hat falsch Schaden gekommen Flo der der ist kein Thema mehr der war auch mal rede wert der 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 Also, die ID ist, nein, ich schreibe mir da, ich schreibe mir da, ich schreibe mir da, das Wort. Gibt zwei. Machen wir auch. Hm? Hm? Was? Ah, episch! Naja, läuft. Ab und zu haben wir auch mal wen getroffen. Ja, ich komme nicht auf die Gegner, dann gibt er nicht. Guck ich auf die Gegner, dann gibt er nicht. Guck ich auf die Gegner, dann gibt er nicht. Guck ich auf die Gegner, dann verkack ich alles. Ja, dann. Moniz und die die uns jagen nicht sagen nene diese also manche Waffen sind echt so über hat das wird schwierig Kugel das ist ein bisschen überlebt und auch noch die Karte schulden weil ich glaube dass kein Bus mehr doch ein Bus gibt's noch da hinten in der Stadt das ist aktuell zu tun so ein Päckdäck gleich wir haben mich halt immer noch drei Minuten das wir grad nicht wo die sind ja ziemlich in der Nähe würde ich mal sagen ja wo baust du ein? ja da unten, ganz einer ich versuche es alleine was sehr krass in die Hose gehen kann oder ich versuche euch noch zu holen was auch in die Hose gehen kann oder so, es geht in die Hose nein, 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 nicht du schon wieder verpiesel dich doch das war der Dekosmos genau das Ding, was ich nicht haben will ich hab euch nichts getan ich hab überlebt so, aber du holst uns nicht mehr, ich bin mal kurz weg ja viel Glück ich glaub ich kann auf dich vertrauen ich glaub ich kann auf dich vertrauen hm für etwas eins gegen drei mag glaubst du nicht? na, schauen wir mal schau'n wir mal schau'n wir mal glaub, der hat mich gesehen Abma hallo fern komm 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 2 2 2 2 2 2 2 2 3 Super Saubere Leistung Das waren Kampfe Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator T Shirts, Turnbeutel, Hoodies Und vieles vieles mehr Geht auf den Link in der Videobeschreibung Und holt euch eure Produkte Hier gibt es jede Menge Schaut es euch an und kauft fleißig ein MC Rossi Shop Alles was ihr braucht